Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Lars und heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr auf euer iPhone einen Klingelton bekommt, ohne einen Jailbreak oder ähnliches durchzuführen. Dazu braucht ihr ein Programm und zwar das Programm heißt iPhone Explorer. Das ist eine Freeware und gibt es umsonst im Internet runterzuladen, den Link dazu gibt es natürlich in der Videobeschreibung. Wenn ihr das Ganze installiert habt, bekommt ihr dieses Fenster hier, das Programm wurde gestartet und automatisch, wenn ihr euer iPhone mit dem Computer verbunden habt, über USB-Kabel, steht hier verbunden. Dann seht ihr unten links die Meldung, Verbindung mit iPhone hergestellt, habt ihr eure Version von dem iPhone, welche Software drauf ist und welche iTunes Version ihr habt. iTunes muss man auch installiert haben. Jetzt habt ihr kompletten Zugriff auf das ganze Handy ohne einen Jailbreak. Wir haben jetzt hier Musik, wir können unsere Musik nachschauen, die ich auf dem Handy habe und die komplett ändern. Filme, habe ich jetzt keine drauf. Kamera, meine Bilder und Videos, die ich gemacht habe, kann ich hier raus, ausschneiden oder neue einfügen. Klingeltöne kann ich hier verändern von dem Handy. Wie man sieht, habe ich schon einen verändert. Und den Klingeltöne Editor, damit kann ich Klingeltöne hinzufügen. Datenträger, Dateiexplorer. Hier oben habe ich noch so eine Leiste, kann ich auf Nachrichten gehen. Ich kann meine kompletten SMS, die ich habe auf dem Handy, komplett nochmal nachlesen und meine E-Mails. Und unter Service bekomme ich die ganzen Informationen über dieses Programm. Wir gehen auf Multimedia und klicken auf die Klingeltöne. Und wie wir sehen, sind diese Klingeltöne im M4R-Datei. Ist das eine M4R-Datei. Und die meisten sind natürlich MP3-Format. Und wir brauchen jetzt keinen Konverter, um das Ganze umzuwandeln, sondern wir haben hier oben diesen Klingelton-Editor. Wir klicken hier mal drauf und können jetzt einfach hier unsere MP3-Format auswählen. Wir gehen hier auf Aus-Datei erstellen. Wir wählen dann unsere Datei aus. Ich nehme jetzt mal diese hier. Und haben jetzt hier links die Titelbeschreibung, die wir komplett ausführen müssen, bis auf die Kommentare. Und das Wichtigste dabei ist, keine Sonderzeichen benutzen. Das heißt, keine Striche, Punkte oder ähnliches und keine Ä, Ö und so weiter. Da sollte man darauf aufpassen, dass funktioniert das Ganze nicht. Ich gebe jetzt mal Track 1 ein, Titel, gebe ich jetzt mal irgendeinen ein. Wie gesagt, man muss alles ausfüllen, bis auf Kommentar. Dann hat man hier rechts so eine Anzeige, kann sich den Track hier auch mal anhören. Und hier haben wir einen Balken. Und dieser Balken zeigt an unseren Track, ganz normal. Wir können den ganzen Tag hier auch verkürzen. Oder länger machen, wie auch immer. Und wenn wir hier anklicken, maximal von iTunes unterstützte Länge. Das müssen wir aktivieren, wenn der Track länger ist. Hier, in diesem Fall ist der Track nur 10 Sekunden lang. Wenn der Track jetzt 2 oder 3 Minuten lang ist, klicken wir hier unten drauf. Und der wird automatisch auf die 30 Sekunden gekürzt. So lang darf maximal ein Klingelton sein. Und dann haben wir diesen grünen Balken hier und können bei diesen, wenn das Lied länger ist, das komplett so anpassen, dass wir eine bestimmte Stelle als Klingelton haben. Sagen wir, wir wählen jetzt das aus. Und das ist jetzt unser Klingelton. Wir können das Ganze dann anhören und schauen, ob das gut ist. Wenn uns das Ganze gefällt, klicken wir einfach hier auf diesen Button. Aber bevor wir das machen, müssen wir iTunes gestartet haben. Ich habe iTunes schon mal gestartet, wie man hier sieht. Ganze gestartet. Also iTunes muss gestartet sein dabei. Dann klicken wir einfach mal drauf. Dann steht hier schon die Meldung, dass iTunes gestartet wird. Aber wir haben es ja schon gestartet. Dann bekommen wir diese Information, dass der Klingelton erstellt wurde. Klicken OK. Und der Klingelton ist jetzt automatisch auf unsere Hände drauf. Wir haben hier noch eine Kopie bekommen auf dem Desktop. Das ist jetzt hier die M4R-Datei, wie man sieht. Und wenn wir jetzt das Programm nochmal neu starten, das heißt, wir beenden das einfach einmal. Und starten das nochmal neu. Wenn wir jetzt hier auf Klingeltöne gehen, sehen wir hier unseren Klingelton, den wir jetzt normal einfach über Einstellungen in unserem Handy auswählen können und als Klingelton benutzen können. Somit haben wir einen Klingelton erstellt. Ich hoffe, das hat euch geholfen, dieses Video. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Ich danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.